Pepper, halt die Fresse! Du musst die Fresse halten! Boah, halt die Fresse! Was geht, Freunde der Außenwelt? Wir switchen rüber und let's rock! Oh ja! Wo ist denn mein Stuhl, Alter? Pepper-Kacke-Jud-Wutz! Pepper-Kack-Wutz, das ist auch gut! Was sagt Mama-Wutz dazu? Buff-Bieb-Buff-Bieb-Wutz! Es ist hunderte Kilometer weit weg, wir müssen ins Ausland! Bieb-Buff-Bieb-Wuff-Buff-Buff! Was zum Teufel, bitte ist ne Wurf-Bieb! Okay, dann fahren wir zusammen! Haaaaaaaaaaaruh! Statt Hurra heute einfach Haaruh! Das ist jubber! Und ihre Familie warten am Vetter! Wapp, wapp, wapp! Frau Mümmel ist Frau Mümmel in ihrer Folli-Zitteln-Mum-Off! Frau Mümmel ist Frau Mümmel in ihrer Folli-Zitteln-Mum-Off? Was? Oh, Mama! Oh, Nala! Oh, Nala! Scheiße! Scheiße! Ich hab's so völlig unständig zu! Scheiße! Scheiße! Sind wir bald da, Mama? Sind wir bald da, Mama? Oh! Oh! Pepper! Halt die Fresse! Du musst die Fresse halten! Pepper! Halt die Fresse! Du musst die Fresse halten! Ja! Klingt eindeutig leuchtend! Sing doch ein Lied! Was war das für ein Ding? Mit die Zeit vergeht! Oh nein! Hey! Es liegt noch ein weiter Weg vor unserem Schwein! Wir werden unser Ziel! Es liegt noch ein weiter Weg vor unserem Schwein! Was ist denn hier los, Alter? Nicht erreichen! Oh, Scheiße! Und wo sollen wir Schlafenszeiten, wenn Schlafenszeit ist? Das hab ich so unerlich gehört! Wo sollen wir Schlafenszeiten? Na, hier! Das ist doch ein Schorsch, Mama! Pratsch, Ma! Ey, das ist so geil! All up! Ist aber auch cool, ne? Einer schläft dann auf den Arschschweiß von den anderen, weil die ja da drauf saßen und die anderen, die oben schlafen, schlafen auf den Rückenschweiß von denjenigen! Okay, da würde ich lieber auf den Rückenschweiß schlafen wollen! Jetzt hast du es kaputt gemacht, toll! Ich schwöre mich! Zauberbetbetten! Zauberbetbetten? Die kommen aus Hogwarts! Guckt euch die an! Und da pissen wir die Zähne! Hatte ich gerade gesagt, da pissen wir die Zähne? Oh! Ein Zauberbade-Schorsch! Ein Klitze- Zauberbade-Schorsch! Der ist gut! Klitze, 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 kleines Becken mit klitzekleinem Wasserhelden! Das ist alles! So klein sind die nun auch nicht! Was? Eine Zauberbade-Scholle! Und was ist das hier? Wie soll denn, bitteschön, guckt euch das an! Wie soll denn Papa Wutz bitteschön da drauf passen? Kann mir das mal einer verraten? Alleine schon der Haufen, der aus ihnen rauskommt, ist doch größer als die ganze Schüssel! Der ein Knopf! Mo! Papa hat die Zauberdusche gefunden! Hallo! Ja, da wird schon! Natürlich! Oh, Sie müssen Herr Wutz sein! Der Herr Wutz! Steht ja bloß nicht im Ausweis drin! Oh oh! Was ist- Jetzt wär's geil gewesen, wenn so Gefängnisgitter gekommen wären! Damit lassen los! Herr Wutz, Sie kommen sicher, um unseren Beton zu überprüfen! Im Zug? Ja, kennen Sie mich etwa? Oh, Sie und Ihre Betonkenntnisse sind in unserem- Betonkenntnisse, Alter! Jetzt, äh, hat er Betonologie studiert? Land berühmt! Aber ich will Sie nicht länger stören! Gute Nacht! Gute Nacht! Was? Das war seltsam! Hallo! Herr Elefant ist Herr Elefant! Hilfe, Herr Elefant! Hier! Wir stecken fest! Sehr fest! Ich glaub, ich würd da genauso lachen! Die Ruhe, meine Damen! Ich hole Sie da raus! Nein! Dann bleiben Sie auch stecken! Herr Chua, auch stecken! Es ist eine Fahne! Herr Chua, auch- Aber wo Sluzi und Sluzi kommen um Schorsch abschappen? Oh! Lieb kleine Kind! Äh, wo sind eure Kinder? Hilfe! Wir stecken fest! Fisch! Fisch! Das passiert doch normalerweise immer mir! Das ist mir! Das ist doch so, dass das sonst immer siss! Ich werde da jetzt reingehen und reingehen! Der Monitor steht ein bisschen falsch, oder? Ich und Luzi können da rein! Luzi! Wir sind viel kleiner! Ich und Luzi können da rein Luzi! Erst war es immer Wutzen, jetzt ist es Luzi! Geil! Das ist sehr nett von euch! Ich beginne gleich mal! Und wollte der eh noch Ballett machen, oder was? Haha! Das war echt ne hammergeile Folge! Ich hoffe euch hat das Video so gefallen wie mir! In diesem Sinne verabschiede ich mich und bin damit raus!